Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Daggerfall und wir haben ja eine neue Hauptquist oder zumindest eine sagen wir mal so ne ich glaub das ist schon wirklich eine Hauptquist. Wir müssen hier nach Castle Necromorgan und da wollen wir jetzt direkt auch hin und los Feind Castle Necromorgan. Haben wir das richtig geschrieben? Ich hoffe Castle Necromorgan. Okay, da haben wir es und da wollen wir jetzt mal hin. Okay, ist nämlich jetzt. Und wo ist das Castle? Das ist doch nicht das Schloss. Ich glaube nicht, dass das hier der Schloss ist. Wir machen trotzdem mal hier ein Safe Game. Gehen da mal rein. Jetzt lädt es erstmal wieder. 1000 Jahre. Okay, Moomio getötet. 220 Gold. Ah, diese Musik ist bei, diese ganz besondere Musik ist also immer bei Story Missionen. Wenn das richtig für die Story relevant ist. Was wir hier machen. Okay, da unten liegt was. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, und hier geht es jetzt auch noch weiter. Komm, wir gehen hier hin. Ja, ich weiß jetzt nicht wohin. Yo. Der hat mich jetzt erschrocken. Aber egal, wir nehmen das mit was er hat. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber. Wann leveln wir mal wieder weiter? Wir sind ja Level 5. Autsch. Ein Werwolf, der nichts hat. Irgendwo kämpfen die, aber wir kommen da nicht hin. So. Gibt es hier eine geheime Tür? Irgendwo. Wie ich übersehen haben könnte. No. Dann gehen wir mal wieder runter. Hier vielleicht. Nein. Und eine Nachtlinge ist gestorben. Okay. Und ein Werwolf auch noch. Gut. Dann schauen wir mal hier rechts. Ah. So. Skelet Warrior. Nice. Ui. Nochmal Geld. Und Holy Tome. Warte, wo immer das sein soll. Also, sehen nach Büchern aus. Hier sind keine Türen. Ich kann hier klippen, wie ich will. Und hier geht es auch noch weiter. Boah. Der hat mich hier zerschrocken. Keine Türen. Keine Türen. Schade. Gibt es hier noch Türen? No. Keine zu sehen. Ja. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. So. Und hierhin. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine geheime Tür? Ja. Tatsächlich. Boah. 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 Hiemen. Geist. Irgendwann. Krass. Habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Autsch. Aber wir können. Boah. Alter. Okay. Hat mich jetzt schon erstrocken und überrascht. Dass hier auch noch eine geheime Tür ist. Genau, und da vorne wollen wir nochmal zurück. Wir müssen eben... Nein! Dass ich hier jetzt auch noch runtergefallen bin. So. Ich glaube, das bringt mich jetzt nach oben. Ja, okay. Ich wollte hier jetzt nicht runterfallen. Da. Kommt da jetzt jemand? Nö. Ich wollte hier jetzt nochmal alles ablegen. Was wir auf Tasche haben. So, die Bücher auch noch. Und hier haben wir nichts. Und Gold wollte ich auch nochmal. 3419 haben wir. Dass das dann auch hier ist. Und nochmal Wismachen. Eventuell. Ah, okay. Deswegen müssen wir auch noch. Gehen wir mal hier rein. Hier ist nichts. Niemand. Kann ich jetzt nicht tauchen? Kann... Ich bin zu leicht, hä? Gerade. Okay. Dann lassen wir das mit dem Schwimmen erstmal sein. Ah, okay. Hiermit können wir runterfahren. Aber dann lassen wir mal. Wir wollen da lang. Oder? Wollten wir hier lang? Nee, wir wollten hier lang. Hier ist kein Hebel. Dann gehen wir so rum. Komm, wir gehen erstmal da lang. Und schauen mal, was wir hier finden. Yo. Toll. Ich bin paralysiert. Ja, ich kann gerade nichts machen. Aber das mit Geistern ist mir neu. Ja, komm, ich will jetzt weiterkämpfen. Bitte. Lass mich mal kämpfen. Aua. Ja, ich spüre das. Toll. Danke. Ja. Toll. Und wir haben draußen gespeichert. Okay. Wir machen hier ein Savegame auf die 2. Alles umsonst, was wir gerade gemacht haben und erreicht haben. Genau, hier gab es nichts. Können wir jetzt hier drunten? Nein. Wir sind immer noch zu leicht. Wir müssen fett werden. Wir müssen wieder öfter speichern. Weil wenn hier Geister sind, die uns so schnell außer Gefecht setzen können. Schauen wir mal, ob hier Geister gibt es. Ach, Skelett. So. Dwarven Dagger. Nice. Machen wir nochmal ein Savegame. Komm, den machen wir auch noch kaputt. Aua. Den habe ich gespürt. Da kommen aber viele. Ja, komm. Ich lasse euch mal gegeneinander kämpfen. Das nehmen wir alles mal mit. Potion Recype. Den nehmen wir auch mal mit. So, den haben wir auch kaputt. Älteren Mumien haben wir aber viel Geld. Komm. Okay, wer ist denn hier noch alles? Ach, das sind Zellen alles. Das sind hier alles Zellen. Komm, ist hier noch jemand? Aber immerhin so ein paar kleine Schätze. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay, wie konnte der das jetzt nicht aufmachen können? So. Sonst gibt es hier auch nichts mehr. Gut, dann schnappen wir uns noch die kleine Spinne hier. Dann können wir hier nochmal das machen. Jo. Und nochmal ein Savegame. Oder warte, wir schauen mal, ob hier vielleicht irgendwo eine Geheimtür ist. Irgendwie zu erkennen, zu sehen, wie auch immer. Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann ist dieser Weg hier umsonst gewesen. Obwohl so umsonst war es jetzt auch nicht. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was in Schätze bekommen. Jetzt ist die Frage, dass hier gleich zwei Türen sind. Aber jetzt echt nicht erwartet. Komm. Aber ich mache beide kaputt. Ach, dahinten ist noch einer. So. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist denn das? The letters are badly burned, but some words can still be read. Ach Tim, wir müssen diese Dinger hier finden. Alle. So. Den haben wir auch noch fertig. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Ah, das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Schade. Wir kommen hier gleich nochmal wieder. Und ist auch noch eine Tür. So. Wo ist nochmal der Ausgang? Wo ist nochmal? Ähm. Okay. Nochmal komplett zurück. Wir hätten hier durchgehen sollen, damit wir unser Ventar einmal leer machen können. Bin ich hier jetzt richtig? Ja, hier ist richtig. Dann so. Einmal removing. Alles rein. Hier auch. Ne, hier ist nichts. Hier gibt es aber. So. Und das alles rein. Hier kommt gerade keiner, aber wir gehen da nochmal hin. Durch die Treppe. War doch hier, oder? Das war doch die Treppe. Oder? Was? Ja, das war hier schon richtig. Okay. Und dann mal hier hoch. Und nochmal diese Gänge hier. Wo waren die Türen? Hier war. Scheint hier gar nichts zu sein. Okay. You are too far away. Wofür? Für die Türe, oder jetzt? Was? So. Dann nehmen wir den mal mit. Ah, hier auch noch. Wir konnten die Diedeln übersehen. Ah, okay. Ach, das war jetzt das von gerade Ebene. Dann gehen wir mal hier hin. Okay, hier geht es auch noch weiter nach oben. Vielleicht nur einen Raum, das war's. Jo. Pedermaus hat mich jetzt erschrocken. Okay, mehr ist hier nicht. Können wir hier jetzt nochmal weiter gehen. Ist hier vielleicht eine geheime Tür, von der ich noch nichts weiß? Auch nicht. Komm, geh kaputt. So. Also, am besten kann man ein Save-Game machen, auf die zwei. Wir gehen da ran. So, wo führt das hier hin? Boah, die Mumien finde ich super, wie viel Geld die haben. So, den haben wir erledigt, gekillt. Okay, hier gibt es keine Türen. Schade eigentlich. So, jetzt ist die Frage hier vorne. Boah, alter. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Ne, jetzt ehrlich, wie kriegt man diese roten Türen auch? Oder diese eingemauerten, zugeziegelten Türen? Ich will wissen, was dahinter ist. Rotation? Was? Wie kriegt man die auch? Oder müssen die gesprengt werden? Oder so? Weiß einer das? Das ist jetzt etwas, was ich mich schon seit Ewigkeiten frage, weil wir sowas schon keine Ahnung wie oft gesehen hatten. So. Den haben wir auch noch weg. Und eine Tür habe ich bisher jetzt noch nicht hier übersehen in dem Bereich. Ne. Okay, schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass hier vielleicht auch noch ein Raum ist. Aber anscheinend ja nicht. Ist hier vielleicht eine geheime Tür? Auch nicht. Jetzt ist nur die Frage, wir haben ja ein Dokument gefunden. Ist das alles, was wir kriegen? Oder kommen dann noch mehr? müssen wir jetzt nur den einen finden? Oder alle? Oder mehr? Jo. Okay, den Geist haben wir. Einen Geist haben wir erledigt, das heißt Save Game. Ich habe jetzt den Geist aber auch nicht kommen gesehen. Ah, hinter mir ist eine geheime Tür. Irgendwo. Hier. Jo. Ja. Der ist, oder die ist hier aufgehangen. Schade eigentlich. Aber naja, hier machen wir einmal das. Nice. Und dann nochmal Save Game. Und dann gehen wir hier mal wieder weiter runter. Da vorne gibt es einmal den Weg und einmal den Weg. Ah, da gehen wir noch nichts runter. Weil hier waren wir ja schon mal. der Weg ist. So, komm. Du musst kaputt gehen. Wir gehen erstmal gerade aus. Ja, ich höre hier was. Da hat jemand gestorben, oder? Ne, das war eine Ratte, okay. Das war... Ah, ne, wir sind wieder voll. Okay, hier ist aber auch nichts. So, dann suchen wir uns mal eben den Weg zurück zum Eingang. Das wäre ja hier runter, und dann... Okay, äh... Okay, hier runter, und dann gleich irgendwo wieder hoch. Wir sind da lang. Ne, wir gehen erstmal den ganz normalen Weg, den wir hierher gekommen sind. Ich glaube, hier... Erstmal hier hoch. Wir müssen unser Inventar wieder mal leer kriegen. Und dann... Alter, ist das so kompliziert, hier zu gucken, wo man lang muss. Um da hinzukommen... Müssen wir hier einmal... Okay, hier geradeaus. Hier hoch. Irgendwo ist wieder eine Fledermaus gestorben. So, dann... So, dann... Hä? Achso, hier geradeaus. Einmal drumherum. So kompliziert der Weg. Nee, das ist jetzt, glaube ich, falsch. Zu weit. Das ist aber wiederum so ein Punkt, dass... Das ist schon ein bisschen so, sagen wir mal, aufregt einer auf. Ich glaube, wir sind aber auch wieder zu weit. Oder? Warte mal, wir müssen... Hier durch diese Tür. Ist das die richtige Tür gewesen? Ja. Dann hier geradeaus. Und dann ist da noch eine Tür gleich. Hier irgendwo. Logisch sind die Gebäude auf jeden Fall noch nicht hier gebaut. Ich glaube, hier sind wir schon wieder zu weit. Ja, hinter mir. Doch, hier war es schon. Nee, das war jetzt falsche Taste. Das. Removen. Alles weg. Das hier weg. Und das alles weg. Ah ja, und Gold... Äh... 4804. So, dann warte. Jetzt haben wir... 48 von 150 Kilogramm Obtache. Dann wollen wir jetzt den kompletten Weg nochmal hoch. War doch hier, oder? Bisher sieht das aus nach einem Jahr. Und dann hier lang. Und ab hier, wo war denn das? Ich glaube, das war hier nach oben, bis dahin. Wo wir vor uns stecken geblieben waren. Wo wir nicht alles mitnehmen konnten. Ich glaube, das war... Nein, das war nicht hier. Was ist denn hier? Ach, stimmt. Das war hier runter. Wir sind nach unten gegangen. Hier den Weg. genau hier sind wir schon richtig und dann hier wieder auf hoch ja wir sind wieder da wo wir wollten und dann seinen bogen wollten wir noch mitnehmen die ratte genau hier gab es nichts mehr und dann wollten wir noch hier hin wir gehen erst mal da so haben wir alles ach spinne da jetzt hatte mir einer gibt es hier nicht ich bin schade dass man die dinger nicht looten kann wirklich schade finde ich komm geht kaputt gib mir dein loot ah hier ist noch eine tür okay ich weiß jetzt nicht wohin das uns führt ah aber okay oben oder unten ich habe keine ahnung wie wir den aufkriegen so dann schauen wir mal hier ah okay hier waren wir ja gerade da unten nein jetzt fahr ich noch runter toll paralysiert ja komm mit nun wir man trifft richtig nicht oder kaum das muss jetzt schneller gehen hat er jetzt noch mal geschafft er sagt hätte ich oben speichern sollen schnell wenn jetzt die parallelisierung vorbei ist schnell weg ok geschafft ist hier noch jemand kann jetzt noch jemand kann ich hier wir machen eben ganz schnell den hier gehen wir vielleicht in die ecke in irgendeiner ecke können wir das bestimmt hier können wir an der ecke ok das ist weniger schlimm jetzt müssen wo sind sie wieder so das müsste jetzt funktionieren oder gut dann nochmal den so jetzt ist die frage wo genau sind wir jetzt gelandet wenn wir hier hoch gehen warte was haben wir da bekommen gerade irgendwo steelgraves aber wir hatten doch gerade irgendwie so den anderen haben wir hier wir sind hier ja runtergefallen so schöne frau tut mir leid aber ihr standet mir im weg und musstet dafür sterben jetzt ist die frage hat sich hier geöffnet ne das hat sich nicht geöffnet wofür war jetzt der hebel den wir da betätigt haben da waren wir ja schon dann gehen wir mal doch wieder runter genau von hier kamen wir gerade raus dann gehen wir mal hier hin ach hier waren wir das ruckelt gerade warum ruckelt es gerade ok hat jetzt ordentlich geruckelt cpu war jetzt gerade sehr hoch aber das lag jetzt nicht am spiel frage ist nun woran das lag so in OBS lag das jetzt auch nicht hier waren wir auch schon wenn wir hier nochmal hoch gehen gab es hier noch irgendwie was wo wir noch nicht hin gehen hier runter sind wir noch nicht gegangen ah hier geht es auch noch weiter ok was gibt es denn hier für räumlichkeiten so den haben wir mehr ist hier auch nicht noch eine rote tür und ich weiß nicht wo für die roten türen sind wir müssen aber gleich nochmal unseren mental leer machen wir müssen aber gleich nochmal unseren mental leer machen ne hier war nicht der ausgang wo war der ausgang da ist der ausgang dann gehen wir mal schnell wieder hoch ne warte wo geht es hier nochmal zurück da war doch richtig das hier genau und dann hier geradeaus ja geradeaus hier schnell runter noch weiter geradeaus so ich glaube das war schon hier nein das war es nicht das andere hinter mir so ich trinke auch mal wieder von meinem kalten kaffee so und jetzt ok so kalt ist er noch nicht aber wird schon langsam so wir sind da alles erstmal removen so 3 strobes ok und die dinge alle weg und wieder zurück so genau die andere richtung genau die andere richtung also ich wollte jetzt nach dem grünen punkt da gucken so wie kommen wir genau hier aber warte mal von hier jetzt nochmal muss ich geradeaus meine ich oder geradeaus nein nicht geradeaus hier lang und wo waren wir hier stehen geblieben ok hier hoch und dann da runter hier waren wir stehen geblieben dann können wir hier jetzt nochmal weiter gehen hier die räume hatten wir schon glaube ich so hier müsste jetzt ja hier wieder jemand natürlich so map so map also den mussten wir finden ok hier ist wieder ein neuer weg ouch aber wir machen hier erstmal fertig hier ist ja nur noch die tür mit einer pinne ok sonst ist hier glaube ich gar nichts so die frage ist so die frage ist rüber springt ja nein ok nochmal neuer pursue so geschafft ähm nice ich höre hier ne ratte so save game machen wir für den fall dass wir drauf gehen sollten boah wieder diese geile statu ok hier ist nichts ich finde es interessant dass hier ratten eingesperrt werden in so ganzen zellen muss komm schon rein ach so ja oh was höre ich denn da wer wollte oder wer wer okay der herr Da war einiges aus, also die Tür. Das ist ein Werwolf, okay. Komm. So, den haben wir auch noch ausgebeutet. Okay, dann können wir hier noch einmal kurz das machen. Jo, nochmal ein Save Game. Und dann gehen wir mal hier rein. Okay, hier gibt es anscheinend keinen Weg wieder raus. Wo kommt die näher? Also der hier. Dwarven Longsword. Namen, Hüpfel. So. Dwarven Saber. Ja, brauchen wir nicht. Aber können wir gut verkaufen, wieder mal. Oh. Haben wir jetzt mal betätigt, aber keine Ahnung wofür. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Wo müssen wir hin? Wo stecken wir? Ah, hier ein neuer Bereich. Okay. Boah. Die Geister. Geister. Geist überlebt. Boah, irgendjemand hier in der Nachbarschaft kocht Ihnen was richtig leckeres. Boah, das riecht so lecker. Ich habe jetzt voll Hunger. Gerade, dass ihr das nicht aufriechen könnt, aber... Boah, ich rieche das gerade. So. Dann schauen wir mal. Okay, hier. Gibt es noch einen Utilänen hier. Okay, anscheinend ist der Bereich durch, wie es aussieht. Und die finde ich hier jetzt keine weiteren Geheimgänge. Doch, hier. Hier ist irgendwo ein Geheimgang. Aua. Den habe ich gespürt. So. Okay. Ah, hier haben wir... Okay, wir gehen dann mal hier runter. Jetzt ist die Frage, da wir jetzt hier sind, wo müssen wir lang? Ich glaube, da lang. Ist das richtig? Ja, und dann durch diese Tür. Und dann suchen wir mal wieder den Weg zurück zum Eingang. Weil wir ja unsere Taschen wieder leer machen müssen. Ich glaube, das ist der falsche Weg, den ich gegangen bin. Oder? Das ist auch so verwirrend hier. Ich glaube, da vorne... Ja, ich glaube hier. Hier müssen wir gleich... Okay, das wird ein etwas längeres Unterfangen, den Weg zurückfinden. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Das ist so kompliziert, hier einen Ausgang zu finden. So, hier sind wir... Wenn wir jetzt hier hochgehen... Wenn wir jetzt hier hochgehen... Wir müssen ja da hin. Und... Hier sind wir... Wenn wir hier hochgehen... Sind wir falsch... Wenn wir den Weg... Wir müssen diesen Weg hier nehmen, also... Äh... Hier nach oben wahrscheinlich... Und dann... Hier... Oder? Nein... Hier sind wir nicht... Riecht er den Weg wahrscheinlich... Dann... Oder? Aber das ist so kompliziert hier mit den Wegen... Aber da waren wir noch gar nicht... Und wie viele haben wir noch im Inventar? Okay, ein bisschen haben wir noch... Aber da sind wir noch gar nicht weitergegangen... Sind... Weil wir hier auch runterfallen... Weil wir hier auch runterfallen... Und das wäre... Ein komplett neuer Bereich... Und... Und das wäre... Ach... Nö... Okay, Geist haben wir erledigt... Der hat hier also den Werwolf getötet... Okay... Okay... Wo sind wir hier? Da hinten... Noch ein komplett neuer Bereich... Aber... Ich habe vor hier jetzt gleich... Rüber zu springen... So... So... Solange wir noch nicht voll sind... So... So... Was haben wir hier in der Ratte? Okay... Mehr auch nicht... Dann gibt es da nur noch... Diesen Weg hier runter... Climbing Mode... Oh... Hier geht es sogar noch tiefer... Oh... Hier geht es sogar noch tiefer... Jo... Komm... Die kaputt... Was haben wir hier? Noch mehr Schätze... Schön... Ich habe hier schon... so... Ist das aber auch riesig... Hier... Kann man sehen wo noch Gegner sind? Da ist noch einer... Da waren wir noch gar nicht... Okay... Aber weiter weg können wir jetzt nicht gucken... Okay... Moment... Wo sind wir hier? wir haben es geschafft wieder zurück belagern wir das mal alles ein auf dem wagen habe ich jetzt echt nicht erwartet so gold können wir auch kommen wir machen einfach 5000 dann wird er alles sagen okay ich muss schon genauer 2475 muss schon die exakte zahl sagen ansonsten zählt das nicht genau da hinten aber das fand ich jetzt krass und hier gibt es nichts mehr dass wir jetzt aber einen anderen weg zurückgefunden haben zur tür echt nice auf jeden fall aber woher kommt dieser baum der da liegt so frage neuer bereich sieht aus sieht danach aus okay geist erledigt schnell ein save game ich hatte jetzt kurz panik dass wir wieder drauf gehen so alles mitnehmen geheime tür geheime tür keine geheime tür okay dann ist es so genau auch nicht mal so zu sehen also hier unten vielleicht auch nicht mehr dann gehen wir mal weiter welcher weg fehlt uns noch die tür da hinten die hier hier sonst gar nichts nur ratten zu hören ach wir sind wieder hier okay ist derselbe weg wieder zurück hätten wir auch hier gehen können so was fehlt uns dann noch der weg so nun haben wir kaputt jetzt müssen wir nur noch irgendwie schaffen dass wir ein bisschen viel wiegen damit wir da unter wasser gehen können so hat er auch noch kaputt gemacht wo die auch immer her kam jetzt glaube ich wirklich nur noch das unter wasser da der bereich obwohl unten waren wir auch noch gar nicht vielleicht kommen wir hier durch diesen unter wasser weg ah jetzt so greift uns jetzt einen fisch an oder greift uns keinen fisch an okay dann alles mitnehmen was mit dem fisch der hat nichts gibt es hier sonst noch irgendwas ja hier sonst ist hier nichts vielleicht da hier geht es noch wieder ne doch geht hier weiter langsam geht mir die luft aus ich hoffe es geht jetzt hoch es muss doch langsam hier nach oben gehen oder bitte ist das irgendwas und was nach oben geht ja hier geht es hoch okay alles klar haben wir geschafft okay hier gibt es nichts mehr so dann machen wir jetzt nochmal ein safe game und wieder unter wasser dann gehen wir mal den weg der nach unten geht das waren drei drei heißen die dinger so und da ist wieder die nächste tür aber das war es dann hier okay dann schnell wieder zurück ich hoffe das überleben war also hier erstmal nochmal kurz luft schnappen vielleicht ist da auch noch irgendwo ein geheimgang oder sowas gewesen wer weiß zumindest für mich jetzt gerade keins zu erkennen okay wir mussten hier lang oder ja ich höre hier immer noch gegner irgendwo aber keine ahnung wo die sein sollen vor allem von wo sind diese türen die man da hört das sieht hier wird aha aber da kommen wir nicht drauf okay dann müssen wir hier eben schnell wieder zurück so dann einmal Inventar leeren ähm removing so hier haben wir nichts hier haben wir sehr viel jetzt gerade und hier haben wir auch ein bisschen was und Gold können wir nochmal 535 alles drauf packen jetzt haben wir schon 6814 Gold einfach mal und ich würde sagen in der nächsten Folge machen wir weiter vielen Dank dass ihr mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020